was soll durch 80 verstanden ich habe 39 ja du bist auch noch glaskanons gelungen du hast aber alles mit präzion zustandsschaden und kraft wahrscheinlich kraft vitalität zustands schon ich habe ich habe nur oft zähigkeit vitalität so gut wie es kann ja hier nicht richtig sein oder auch eine ihr müsst jetzt hier oben stehen da müsst ihr hier genau auf den links darauf springt und ich bin im panzer drin und nein ich komme nicht weg ich komme hier aber nicht weg ich bin im panzer drin wenn der panzer muss halt auch sonst es kommt immer die ads die können mich gar nicht treffen man ich bin im fahrzeug halt da haben die es auf mich abgesnäht wo man reds du bist du mich gerätzt jutta irgendwie weiß ich hat jemanden wo wen weiß ich ja ja geht du liegst da so beschissen dass er jetzt nicht durchgeht ja ich kann nix dafür kommen wir nicht aus ja ich sag ja dafür der mitsch ich sterbe ich bin jetzt auch nicht ja ich bin auch tot ja ich bin auch tot steht dann was passiert dann wenn man auf den wagen wird dann greifen die eigentlich an das sollte man es doch mal gelesen anfangen laufen oder du musst ihn heute noch treffen und die mobs dürfen nicht nach oben kommen sonst greifen die sich von oben an ach du kannst von oben da drauf schießen oder was du kannst von oben auf den wagen rausspringen ich lasse mich mal sterben ich komme da nicht raus ja dann springen wir erst versuchen oben drüber zu laufen dass auch den wagen gehüpft kriegen oder was sonst weil jetzt nichts wenn die mobs oben da habe ich das verstanden ja jetzt sind die mobs oben die hier mit granaten werfen ist natürlich nicht so egal einfach volle möhren wenn die mobs erstmal weg sind khali versucht die mobs ein bisschen weg zu ziehen mal zurücklaufen oder Na, küsst das schon Aber die Mops sind zwar irgendwie im Kalfner weil die...